Wir sind hier am Möhli-Bach. Eigentlich ist es der Schliefbach, der teilt sich hinter dem Hundeheim Kienzi in zwei Ästen und kommt hier eigentlich durch. Früher war hier eine Gipsmühle dahinter. Dann fliesst er weiter in die untere Möhle. Da hat man andere Sachen gemacht, unter anderem die Knochenstampfe und Antriebe, die man jetzt im Dorfmuseum noch sieht. Dann gibt es ganz viele weitere Bäche. Wir kennen natürlich Biersig, wir kennen den Machbach. Dann gibt es kleine Seitenbäche, die reinkommen. Wir haben aus dem Mooswasenbächli, wir haben das Räuchebächli, das dann zum Teil unterirdisch geht und das Räuchebächli beim Wilmatschulhaus wieder in den Machbach reingeht. Wir haben den Schärbach, der eigentlich ein Bach ist, der nur wenn es regnet oder wenn es zu viel Wasser hat überhaupt Wasser führt. Es gibt ganz viele kleine Bächle und es gibt eigentlich die drei Hauptbächli, wenn man so will, die durchs Dorf geht. Und wegen dem ist der Herrwil auch so als Wasserschloss vom Leimental bekannt. Wenn ich mit den Freundinnen abmache, dann hat man sehr viel im Wasser eine Plansche und so. und dann auch den Ball hin und her schicken. Also es ist halt sehr toll dann zu baden, weil es kühlt einen recht ab und ich wohne gerade in der Nähe und dann kann ich halt einfach ins Wasser gehen. Ja, wir kommen auch sonst an der Art daheim, weil meine Oma hat auch öfters ein Hund zu Hause. Dann gehen wir auch daheim oder manchmal auch einfach in den Bach, weil es erfrischend ist. Also ich bin ja selber ein Privileg, dass ich am Mühlibach aufgewachsen bin. Wir sind im Sommer und im Winter eigentlich viel am Bach. Im Sommer sind wir vielmal am Baden am Bach. Wir haben zum Teil gestaut, wir haben geflösselt, also mit irgendwelchen selber gebauten Flossen oder irgendwelchen schwimmenden Vehikeln auf dem Bach umeinander, kurvt. Im Winter ist er ab und zu zugefroren. Da sind wir natürlich auch so auf dem Bach gewesen. Und was wir viel machen ist, wenn es heiss ist im Sommer, wirklich einen Spaziergang im Bach, den Bach darauf. Das finden wir schon noch ziemlich witzig. Da hat es dann auch die tiefe Stellen und dann auch manchmal ein bisschen Mutprobe durchzugehen. Und das ist eigentlich auch cool. Ich ziehe sehr oft meine Schuhe ab, zocke auch, gehe in den Bach, dann gehe ich etwas herum und was einfach auf die Tiefe wird und sehe auch manchmal die Tiere dort. Ich habe schon Libellen, auch schon Beisamratten und Mölk habe ich auch schon gesehen und Bachflug. Also es ist halt eine Erfrischung und es ist halt auch toll mit den Füßen ins Wasser. Und das ist einfach auch abkühlig halt. Ich habe sehr gerne Wasser. Also allgemein, wenn man in den Bach ist, muss man natürlich schauen oder sich überlegen, was treffe ich auch an, auch an Ökosystem. Und das würde ich gerne hinterlassen. Also das Thema sind Sonnencreme. Das Thema ist natürlich Abfall, den man liegen lassen. Das Thema ist auch die Aufregulation, die ich natürlich einlassen sollte, nicht ausreissen und möglichst schädigen. Dass ich wirklich diesen Sachen Sorge gebe. Dass ich dort vorsichtig bin und rücksichtsvoll mit den Sachen umgehen, die ich antreffe. Einmal bin ich im Winter mit meinen Kollegen in die Tagesstruktur gegangen. Und dann haben wir so ein Vogelhäuschen schwimmen gelassen, das im Wasser war. Und dann habe ich es antreiben mit einem Stock. Und dann bin ich ausgerutscht und reingeholt. Und darum war es gerade Winter und ich hatte recht kalt. Bei dem Wilmatz. Das Schulhaus, das durchfliest. Ich bin in der Pause auch öfter. Dort spielen wir auch. Dort gibt es auch Mölk, die wir auch schon gesehen haben. Dort gehe ich nicht ganz oft hin, aber manchmal schon. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mal tauchen lerne. Weil ich habe das Wasser halt sehr gerne. Wir gehen auch mit dem Nachbarn an. Wir probieren zu angeln, was uns noch nie gelungen ist. Aber wir probieren es trotzdem immer wieder. Und von ökologischer Sicht ist es sicher ganz toll, dass es uns immer wieder gelingt, auch Abschnitte von den Bächern zu renaturieren oder auch in einem gut naturierten Zustand zu halten. Mir fällt jetzt spontan gerade ein durch das Bächle bei der Müllenbodenschule aus, wo wir wirklich extrem aufwerten können. Durch das, dass wir es ein bisschen freier gestalten können. Durch das, dass wir wieder einen natürlicheren Lauf einnehmen können. Und dann haben wir ja im Rahmen des Natur- und Erlebnispfad noch ein kleines Wasserrädchen machen können. Und solche Sachen sind natürlich auch toll. Und das ist auch eine Aufwertung des Baches und das Feier dazu, dass wir uns hoffentlich bewusst sind, was für Privilege es ist, dass wir überhaupt schottige Bäche haben und freizugängliche Bäche haben. Ich würde sagen, es kommt doch auch mal. Es ist schön kalt und man kann sich gut abkühlen. Ja, wenn der High Sun.